So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Mario Bros. U für die Wii U und gehen jetzt mal in das Schlösschen. So, Trubel im Turm der bewegten Steine. Hilfe. Ach du heilige. Zeit eher. Ach du. Nein, verdammt. Ne, Moment. Jetzt hab ich sie so. Siehste, erste Sternmünze schon mal gekriegt. Hat sie auch schon mal seine Vorteile. So, gut. Wenigstens ist hier nicht dunkel. So. Ach ja, jetzt hat er. Warte. Ein Pilz. Hier ist nix, ne. Frage ist, wo sind die anderen Sternmünzen? Ich will jetzt keine verpassen. Das ist doch auch für irgendwas gut. Für Münzen. Ach, und für da oben. Da ist eine Sternmünze. Wie soll ich da hochkommen? So ja schon mal nicht. So komm ich auf jeden Fall hoch, wie man sieht. Wie man leicht sieht, ist das die beste Möglichkeit. Ach du heilige. Um da hochzukommen. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Diese Sternmünzen sind aber echt manchmal sehr fies. So. Eine haben wir schon mal. Immerhin. So. Die zweite hab ich ja auch schon gesehen. Die Frage ist, wie komm ich da ran? Möglichst ohne zu sterben. Also nicht wie eben gerade. So. Von hier aus? Ne. Von hier aus müsste ich dann wahrscheinlich gegen die Wand springen und dann nach oben. Warte mal. Warte mal. Das funktioniert aber nicht. Moment. Halt, 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 halt. Ich hab hier noch ne Idee. Oder auch nicht. Geht das denn? Hm. Schwierig zu sagen. Ich will mich da auch nicht einquetschen lassen. Aber das geht vermutlich gar nicht. Oder? Doch. Das könnte sogar gehen. Aber ich muss schnell genug sein. Verdammt. So geht's schon mal nicht. Diese blöden Viecher. Jetzt will ich immer ZR drücken. Weil von diesem Drehen hier. Das ist aber komplett falsch. So. Das klappt nicht. Warte. Okay, aber ich komm da schon mal hoch. So falsch kann's also eigentlich nicht sein. Verdammt. Verdammt. Moment. Also. Jetzt springt er wieder. Nicht, weil ich blöd bin. So. Ach, was mach ich denn? Ich... Ich drück immer ZR. Es tut mir leid. Leute. Ich bin zu blöd manchmal dafür. Nein. Das geht wieder nicht. Gut. Moment. Ha. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Hahaha. Jetzt. Hab ich das. So. Moment. Ist bloß noch überleben. Ups. Ich möchte gern ein Checkpoint haben. Ich will jetzt das hier gar nicht riskieren. Wow. Ist da nur ne Münze? Okay. Okay. Da muss ich in die Röhre. Ach. Geschafft. Puh. Puh. Checkpoint. Yeah. Okay. Moment. Oh. Guck mal. Frage ist jetzt. Wie komm ich jetzt da hoch? So komm ich da hoch? Nein. Ah. Gar nicht gut. So komm ich da schon mal nicht hoch. So. Ich seh schon wie ich an diese Dings da rankomme. Verdammt. Turm. Trubel im Turm der bewegten Steine. So. Ich möchte dieses Riesenvieh hier irgendwie weg haben. Das krieg ich jetzt gar nicht mehr oder? Ha. Jetzt. Halt. Warte. Ich warte bis es ganz am Ende ist. Ach verdammt. Hat ja wunderbar geklappt. Ahaha. Du bist jetzt. Oh. Warte. Pass doch mal auf hier. Oh. Achso. Komm ich wieder runter. Ist ja auch praktisch. Nein. So nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Hier ist doch irgendwas. Nicht. Nicht. So ein Mist. Ach du Heilige. Ach diese Drecksviecher hier. Kriege ich die nicht irgendwie tot? Oder vielleicht auf die Unterseite wenigstens. Das wäre ja schon mal ganz praktisch. Warte. Warte. Jetzt. 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 Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Um hier runter zu fallen. Da ist jetzt ein Pilz. Toll. Ach warte mal. Wo ist er jetzt? Ach scheiße. Okay. Da war der Pilz jetzt. Halt. Geh weg du blödes Vieh. Die sind jetzt schon wieder an der Oberseite. Ah so geht das. Okay. Nein. Was mache ich denn jetzt? Halt. Das fängst du einmal an. ZR zu drücken. Jetzt musst du es immer machen. So ein Scheiß. So. Da muss ich irgendwie rein. Die Frage ist. Wie soll ich da bitte reinkommen? Erstmal ein Pilz. Kommt ich jetzt wirklich komplett ratlos? Wie ich da rein? Moment. Moment. Scheiße. Moment. Hier ist so eine Aus... Ist halt da nichts. So. Welche Richtung jetzt? Warte. Diese Richtung jetzt. Ha ha ha. Ha ha. Moment. Ist ja gar nichts. Kann ich hier rein? Oh. Ich kann hier rein. Ach so. Verstehe. Verstehe. Das bringt ja gar nichts. Warte. Ne. Ist hier nicht irgendwo noch? Da oben ist noch. Ein Pilz. Immerhin. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal zum Boss. Und ich habe auch nur noch begrenzt Zeit. Was natürlich total praktisch ist. Na toll. Die Hexe. Kamek heißt du, glaube ich. Und du verzauberst ihn natürlich. Werden den noch schon mal besiegt? Jetzt lebt er wieder. So ein Mist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Das gibt es doch gar nicht. So ein Scheiß. Das hat ja wunderbar geklappt. Trubel im Turm der bewegten Steine. Ja, kennen wir ja schon. So. Kriegen wir dich nicht tot? Ne. Ich glaube nicht. Ach doch, warte. Natürlich. So hier. Moment. Ha ha ha. Da wollte ich gar nicht hin. Scheiße. Nein. Da war doch der Block. Wieso bin ich nicht gegen den Block gesprungen? Warum ist er das nicht? Warum hat er das nicht gemacht? Da war doch ein Block. Da war doch immer ein Block. Und jetzt auf einmal springt er natürlich nicht dagegen. Das ist doch so klar. da war. Okay, jetzt mache ich mal diesen Fehler nicht, sondern ich springe jetzt mal hier gegen und hole mir mal diesen Pilz. So. Und dann bin ich verwirrt. Hier war ein Block. Jetzt. Einmal nicht mehr. Ist mir ein Rätsel. Da, ich bin auch da genau gegengesprungen vorhin. Und es hat nicht geklappt. Da, jetzt genau das gleiche. Das verstehe ich nicht. Hier sind Münzen. Wie komme ich in diese Röhre da rein? Wie soll denn das bitte gehen? Eine gute Frage. Ich komme da rauf, aber ich komme da ja nicht rein. Komm zu mir, Pilz. Komm zu mir. Komm zu mir. Genau. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Hm. Ich nehme jetzt mal den anderen Weg, aber ist ja egal. Hier ist jetzt auch keine Sternenmünze. Die wird da in der Röhre sein. Oder hier an der Seite. Nee, da ist sie nicht. Okay. So fies sind sie dann doch nicht. Die gehen auch nicht kaputt, ne? Nee, jetzt ist da eine Feuerblume drauf. Nein. Nein. Ach du heilige. Komm ich da denn nicht irgendwie rauf? Nee. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? So, ja auch nicht. Mann! Da willst du denn? Da willst du gerade enträtseln, wie du an die Feuerblume kommst und dann stirbst du. Das ist doch scheiße. Gleich kommt wieder der Assistent, weil ich so scheiße bin. So, den doch nicht. Doch, tatsächlich. Nein, ich brauche keinen Assistent. Ich kriege das alleine hin. Nein, jetzt klingelt er doch nicht die ganze Zeit hier. So. Ich bin nicht schlecht genug, um das nicht hinzukriegen, sondern ich kriege das schon irgendwie hin. Keine Sorge. So. Man braucht auch wirklich die Blöcke, um den irgendwie hinzukriegen. So. Egal. So, jetzt gehe ich einfach durch hier. Komm, weißt du? Ups. Ist mir auch gerade egal. Und hinein in die Röhre und da durch. Und dann, ja, die Feuerblume lasse ich diesmal. Ist mir jetzt auch zu blöd. So. Wie die gucken. Der eine da. So. Gut. Okay, jetzt aber hier. Das gibt es ja nicht. Ich fasse es nicht. So, jetzt. Ah, schon wieder der gleiche Fehler. Nein. Nein. Ah, das gibt es gar nicht. Alter. Ich kann doch gar nicht so schlecht sein. Ich habe nur sechs Leben. Guck dir das doch mal an. Ja, ist ja gut. Kenn ich. So, ich weiß, wie das... Nein, ich brauche dich nicht, Luigi. Ich brauche dich wirklich nicht. Ich spiele dir noch das Level für mich durch. Dazu kommt es hier noch, weißt du? Ich brauche Luigi nicht. Ich kann selber sterben. So. Ich will vor allem diese Sternenmünze da haben. Da, jetzt auf einmal... Jetzt hat er den Block... Ich verstehe das nicht. Manchmal trifft er den einfach nicht. So, das Problem ist, jetzt sind die da im Weg. Ja, toll. Kann sich noch ein bisschen hinziehen, bis ich das jetzt hier hinkriege. Jetzt läuft der andere auch noch falsch rum. Na, ganz toll. Na komm schon, so. Oh. Wieso sterben die denn, Mann? Ach so. Moment. Was ist mit dem Rätsel? So. Hm. Und schwupps. Und... Oh, Eisblume. So, ich muss hier nochmal probieren. Warte. Y plus ZR. Und so lasse ich die los. Genau. Ha. Ich kann nicht hin, hier. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich in die Röhre da unten komme. Aber, naja. Werde ich auch schon nicht rausfinden, irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich das rausfinde. Aber ich muss in diese Röhre, weil... Oh. So. Die kriegst du auch nicht kaputt. Also, die großen kriegst du gar nicht kaputt, scheinbar. So, jetzt drittes Mal, dass ich diesen Boss hier versuche. Das kann es ja gar nicht sein. So, diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. So. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Müssen wir nicht aufpassen. Der kann nämlich springen. So. Ich natürlich auch. Und er kann sich natürlich auch befreien wieder. Hups. So. Na also, jetzt. Auf einmal geht's. So einfach ist das. Seht ihr? Ist doch gar nicht mehr gewesen. Nein. So. Dann spiele ich einfach mal weiter, würde ich sagen. Na toll. So. Halt, das wieder. Oh, da ist wieder so ein Dings hier. Oh. Was ist jetzt los? Oh oh. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut. Ähm. Ach du Heilige. Der Bosa ist wirklich böse. Speichern. Natürlich wollen wir speichern. Warte. So. Okay. Ha. Hab ich dich. Mhm. So. Jetzt probieren wir mal das hier. Hinein. One Hups können wir nämlich dringend gebrauchen und es ist wieder das. Okay. Ja. Kennen wir ja schon. So. Diesmal kriegen wir es aber wieder hin. Hoffentlich. Nein. Ah nein. Ich laufe mal dran. Vorbei. Nein. Ich bin nicht schnell genug. Verdammt. Kriegt man gar nicht alle. Das ist ja schlimm. Hat. So. Nein. Ha. Haha. Jetzt hab ich mehr gekriegt. So. Oh. Hoho. Und. Einmal Bowser. Vier. Ja. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. So. Jetzt haben wir wieder elf. Und die freuen sich alle. Ist das nicht toll? So. Und meine Schulter wird schon steif hier die ganze Zeit. Na ja. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch so ein Pilzhaus. Da gehen wir jetzt natürlich auch mal rein. Das erste hab ich auch ausgelassen. Da geh ich auch nochmal. Oh. Ach. Ach nee. Ach die Scheiße. Ach du Heilige. Okay. Okay. Ich brauche. Da ist egal. Da. Das ist mir egal. Ich muss auf oben achten. Und. Also auf den Bowser muss ich achten. Und auf die zweimal. Gut. Also der oben ist. Ah. Ist ja schwierig. Also der unten läuft da lang. Der ist nur in der Mitte. So. Jetzt ist der da. Und der ist da. Hilfe. Ich seh nicht mehr durch. Hilfe. Wie soll man das denn? So. Der Bowser ist jetzt glaube ich ganz links wieder. Und unten. Der zweimal ist. Scheiße. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Hört doch mal auf mit eurem ewigen. Ach du Scheiße. Hin und her gewutschelt. Ach du Heiliger. Hallo. Wann hört denn das mal auf? Ach so. Ach. Ich kann die gleich nehmen. Ach. Sag mir das doch mal einer. So war das der Richtige. Hier ist es mir ja egal. Ich hoffe ich erwische jetzt die Pause. Das wäre natürlich. Nein. Ach. Egal. So ein Pech aber auch. Ja egal. So. Okay. Ich kann die gleich nehmen. Ich bin ja blöd. Ich dachte die wutschen jetzt hin und her. Und ich muss die dann nehmen. Aber. Ne. Ne. Ich kann die gleich nehmen. So. Jetzt ist das die 5. Und hier ist. Die 4. Dann gehen wir erst in die 4. Spikes Sandkasten. Ach. Nicht schon wieder die Teile. Ach ne. Das ist jetzt ein anderer. Hahaha. Oh. Eisblume. Oh. Eisblume kann ich auch ganz gut gebrauchen. Halt. Nein. Diese Drecksviecher. Warum sind hier überall diese Fliegenden? Hat das irgendwas zu bedeuten? Nein. Oder? Ne. Hier ist wieder nur so ein Ding. Halt. Moment. Dafür sind die Fliegenden. Halt. Nein. Ach. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Spikes Sandkasten. Nochmal. Also. Ein Pilz ist ganz nützlich. Und was ist hier drin? Nix. Natürlich. Nein. Ach. Scheiße. Und One-Up. Scheiße. Das ich will nicht gekriegt habe. Ist alles sehr praktisch, wenn ich das nicht kriege. Das ist auch wieder nix drin. Aber verdammt mich. Ha. Habe ich die wenigsten gekriegt? Das ist ja auch schon mal was. So. Was ist hier? Monu, jetzt komm doch mal hoch da. Nein. Ach. Was machst du denn? So. Ein Pilz. Nein. Ach. Verdammt. Hat der gerade in dem Moment natürlich das Dings rausgeholt? Nein. Ach. Wie fies. Okay. Also nochmal. Also es ist echt fies hier. Dieses Spiel teilweise. Also da habe ich einfach keine Worte mehr für. Und ich müsste auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. So. Also was heißt Aufnahmepause? Die Folge ist ja schon wieder rum eigentlich überzogen. Schon wieder? Ach. Naja. So. Schon seit längerem. So. Warte mal. Das One-Up hole ich mir jetzt mal. Nein. Ach. Das gibt's gar nicht. Wieso kriege ich das denn nie? Fällt immer runter. Na. Okay. Gut. Ich würde sagen in der nächsten Folge machen wir da weiter an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann ja. Bis dahin sage ich mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü